Vom Super-Gi in Slalom hinein ist es am schwierigsten, das Tempo zu kontrollieren und dann der ganze Slalom. Wir haben doch riesen toll auf Ski angeschnallt und es wird sicherlich sehr, sehr schwierig. Ich denke, es ist schwierig, den Rhythmus zu ändern. Das ist für sicherlich der hardest Teil. Aber der Schnee ist wirklich schwierig, also ich denke, es wird heute sehr heiß und interessant sein, wie es geht. Ich finde es richtig cool. Bei Red Bull Skills geht es darum, den König von den Berg zu erheuern. Und zwar vier Disziplinen auf einem Hang. Und das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Man muss eine Skiwahl treffen. Man kann nicht unterwegs noch Ski wechseln. Das war's. Es war sehr lustig. Ich bin sehr amuse. Aber ich habe vergessen, dass ich glaube, dass es so großartig ist. Es war sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite war es interessant, weil ich nicht benennt. Er hat es schwierig zu ändern, von Super-Gi in Slalom zu ändern. Bisher hat es gut gemacht, weil es hat ein schöner Grab gemacht. Ich habe es Spaß gemacht. Es ist ein mega cooles Event. Es sind alle Disziplinen in einem und wenn man dann schnell sein kann, macht es mega Spass. Ja, ich glaube, ich bin ganz gut reingekommen in den Slalom, aber dann ein klassischer Einfädler und ja, so schnell ist es noch vorbei. Ich habe mich ein wenig vergessen, an der Entrée des Slalom. Ich habe eher die zweite Porte genommen. Ich habe gesehen, dass es eine höher ist, aber es ist super. Es ist ein schwieriges Rennen, darum alle Kräfte haben es sicher schwierig. Und mit den Kollegen und allen, die Gas geben, ist es natürlich immer cool der Fight, den wir untereinander haben. Ich bin seltsam in der Kirche und die Kirche. Ich bin seltsam in der Kirche und irgendwie nicht. Wir sind ein kurzer Sprache und den Kaffee. Es ist yellow so schön. Ich habe normalerweise nicht gehört, dass ich es sicher schreibe. Ich hoffe, dass wir es nicht mehr so schön haben. Wir sind schon in dieser Nacht.